Guten Morgen! Ein schöner, klarer, kalter Morgen ist es hier und die Kälte ist immer noch beißend. Darum heute was Wärmendes in der Kälte. Wer wärmet uns in Kälte und Frost? Wer schützt uns vor dem Wind? Wer macht es, dass man Öl und Most zu seinen Zeiten findet? Ach, Herr, mein Gott, das kommt von dir. Du, du musst alles tun. Du hältst die Wache an unserer Tür und lässt uns sicher ruhen. Wohl auf mein Herz, wohl auf mein Herz, sing und spring und habe guten Mut. Dein Gott, der Ursprung aller Ding ist selbst und bleibt dein Gut und bleibt dein Gut. Gut, ich hoffe, ihr habt mitgesingen und mitgesungen und wir haben einen telepathischen Chor gebildet. So, und hier seid behütet heute. Es beginnt das chinesische Neujahrsfest, das Jahr des Tigers. Und ein gutes solches und hier kommt die Sonne für euch.